Bäm, Leute, ich bin zurück und ich hab das Clue als Rucking ein bisschen... Ach, egal. Ja, da bin ich wieder und es geht weiter. Im letzten Part, da waren wir in der Wüste und dann fuhren wir mit dem Zug nach Tohtown. Ali, wir wissen alle was du gemacht hast. Wer bist du denn? Wo kommst du denn her? Das ist genau neben dir. Voll spassiker. Äh, häh, du weißt? Okay, dann stell dich mal vor. Ja, hi Leute, na wie geht's euch? Ich bin Nagi. Black? Black Lady. Nagisa. Black Lady... Ach, du warst diejenige, die mir... Ach, egal. Wieder ständig auf die Kanalwand, was von wegen... Ach, egal. Verzeihung, Sir. Sind Sie nicht zufällig Mario? Wie geht es Ihnen, Sir? Nein, das ist nicht Mario. Für dieses... Ja, cool. Es ist Luigi mit Marien und Sachen an. Meine Herren wünscht mich zu sehen. Würden Sie die Freundlichkeit besitzen und in der Wille am anderen Ende des Liedmann-Wilmerweils zu treffen? No? Yes. No? Hatte ich klappen. Was hätte ich keine Lust daran? Hä? Äh, muss doch schon hin. Stimmt, damit ich das Spiel durchspielen kann. Meine Herren bat mich auch hinzuzufügen, dass sie über wichtige Informationen bezüglich der Sterne verfügt. Ja. Sterne-Hochstock oder was? Tsssssss. Manchmal gut. Ach nee. Also wirklich. Ja. Bitte beeilen Sie sich. Seien Sie sich eines Herzlichen im Angst gewiss. Oh, das ist aber nett. Das ist eine Falle. Und sollten Sie... Wow. Wow. Ich hab mich jetzt... Boah. Voll erschrocken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Was? Wisch das doch weg. Hm. Egal. Wie dem auch sei. Wir kommen zu Kapitel 3. Der Unbezwingbare. Das bin ich. Ähm. Ähm. Ja. Für wen? Hä? Für wen? Wie für wen? Für alle? Nein. Kapitel 3. Der Free. Oh mein Gott. Es ist dunkel. Oh mein Gott. Soll ich zurückgehen? Okay. Nein. Geh vorwärts. Los. Hopp. Ich habe das Gefühl, hier tauchen neue Gegner auf. Von daher. Hol ich Kumbario raus. Denn er besitzt Scanner. Der sieht aus wie du. Der sieht nicht aus wie ich. Natürlich. Warum bist du so gemeint zu mir? Ich? Ich bin nie gemeint. Nein. Nein. Okay. Wir befinden uns im Nimmernimmerwald. So. Ich würde sagen, wir schauen uns hier nicht. Oh. Was hat Kumbario eigentlich dazu? Junge. Dieser Wald ist wirklich finster und gruselig. Man sagt, wenn man hier nicht den richtigen Weg wählt, wird man sich total verirren. Ich kann es nicht glauben. Das sieht genau wie die Sorte von der Gegend aus, wenn du dich verirrst und von Monster gefressen wirst. Und hey. Hast du das gesehen? Hast du gesehen, wie sich dort drüben das Gras bewegt hat? Ich schwöre. Ich habe da was gesehen. Ja. Ein Geist. Ein Geist. Oh mein Gott. Was zum. Hey guck mal. Sieht aus wie du. Na toll. Gegner hat der Erste. Also echt. Ich würde sagen. Ach gut. Macht auch nichts. So. Ich habe jetzt getimed. Nämlich sagen. Gumbario benutzt. Gamer. Das ist eine Piranha Pflanze. Ach was du nicht sagst. Ah. Ja. Diese Pflanzen schießen. Unerwartet aus dem Boden. Sei also vorsichtig. Maximal Kapitel 5. Angriffskraft 3. Verteidigung 0. Du kennst ja aus deinem bisherigen Abenteuer. Tue ich das? Ja tust du. Echt? Nein. 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 Ich denke du hast schon deine Erfahrungen mit denen gemacht. Ja. Hast du. Nein. Also nicht in dem Spiel. Ihr Maul zeigt nach oben. Ja. Genau. Wie dein. Ist zumal egal. Wenn du auf sie springst wirst du gebissen. Nachdem sie jemanden gebissen haben grinst sie immer. Ah wirklich? Ja. Wollte ich gerade sagen. Nein. Danke. Dieses fiese Grinsen. Das treibt mich in den Wahnsinn. Ne. Genau wie jetzt. Weckschieb. Kein Problem. So. Dann würde ich sagen. Ich habe keine Items. Verdammt. Dann nehme ich keine andere Wahl als den Hammer zu benutzen. Was ich auch tun werde. Und weißt du warum? Warum? Weil du es kannst. Ja. Weil ich es kann. So. Aber ich würde sagen. Oh nein. Oh du hast mich gebissen. Nein. Lass doch die Blume. Ah. So. Was? Ja. Ich meine die Blume. Ich bin hier immer so angesprochen. Ja tut mir leid. Ja tut mir leid. So. Ich würde sagen. Ich wechsel erst einmal das Partymitglied. Ich denke Bombett eignet sich besser. Denn sie ist ziemlich bombe. Danke schön. Das weiß ich. Hahaha. So. Hättest du wohl gern. Tollen Leute. Dankeschön. Super Bowl. Drücke A so schnell wie möglich. Und dann passiert das hier. Bam. Und sie sind sofort tot. Unglaublich oder? Bombett ist klasse. Unglaublich. Genau wie ich. Ich bin auch klasse. Du bist aber nicht so bombe wie Bombett. Ha. Aber ich bin so bombe wie Nagy. Ah ich bin ja Nagy. Du dumm tsch. Das ist der Rock. Okay was hat mich hier. Ähm. Ich hab mich hier. Was zum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dieser Busch bewegt sich. Das ist ein Busch. Das ist ein Busch. Das ist ein Blume. Okay. Dann Blumen bewegen sich. Und lachen uns aus. Die lachen nur dich aus. Die lachen nur dich aus. Die lachen dich aus. Aha. Ich weiß. Weil ich nicht kommentieren kann. Ach aber selber. Ich hab mehr. Und enthältst du. Ja und. Was glaubst du eigentlich was du da machst? Ich ärger dich. Du ärgerst mich. Ich mach dich fertig. Du musst mich aber nicht fertig. Dies ist ein Nimmern immer weit. Von hier an wird der Weg äußerst gefährlich. Und warum bei der IGs? Wusstest du? Oh Gott. Wieso hab ich dich eingeladen? Weil ich toll bin. Wusstest du das nicht? Du kehrst besser wieder um. Nein. Ich bin hier um cool zu sein. Los zurück mit dir. No. Okay. Das ist echt krass. Mario muss nur eine Gestik ausführen. Die Leute wissen sofort was er möchte. Das ist ziemlich cool. Und wenn ich sage ich will ein Porsche kriege ich nie ein. Ja. Tja. Dein Blick reicht nicht aus. Doch. Ah. Das ist also deine Geschichte. Das ist also deine Geschichte. Hand runter. Was? Deine Hand ist unten. Du bist nicht Mario. Denk da nicht erst dran. Wuhuh. Ich bin nicht Mario. Du bist ein... Was hab ich gerade? Was hab ich gerade? Ach egal. Du bist ein Bubus wieder eingeladen. Dann darfst du pausieren. Oh yeah. Hör gut zu. Wenn du durch diesen Wald gelangen willst. musst du sehr genau auf deine Umgebung achten. Wählst du den falschen Pfad. Landest du im Hand umdrehen. Wieder am Waldrand. Die Umgebung nahe des richtigen Weges. Wird sich immer ein wenig vom Rest des Gebietes unterscheiden. Halte Ausschau. Nach Hinweisen. Ein Hinweis! Ein Hinweis! Hier zum Beispiel sollst du dir die inneren Bäume genau ansehen. In einem von ihnen wirst du ein glühendes Augenpaar finden. Ja dafür versteck ich mich. In seiner Nähe befinden sich... Äh... Befindet sich der richtige Hausgarten. In den anderen Teilen des Waldes gibt es auch andere Hinweise. Hinweis! Wobacht er den Wald um dich aber mit größter Sorgfalt. Ja, hol den Lupe, los! Okay, was hat mich hier? Die Büsche bewegen sich nicht? Blumen! Büsche! So! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sieht aus wie grün! Ja! Ich finde das sieht aus wie... Okay, es ist grün! Maximal KP 6 Angriffskraft! 1 Verteidigung 0! Opfer! Ich frag mich was er genommen hat. Wenn sie dich schnappen, entziehen sie dir KP und laden so ihre eigene Kraft wieder auf. Sie sind richtige Vampire! Oh! Nicht wahr! Oh! Da steht sogar Oh! Oh! Und manchmal teilen sie sich auch. Punkt! Punkt! Wenn sie das tun, sind sie noch stärker Punkt! Versuchen sie zu besiegen, obwohl sie sich teilen können! Punkt! Ja! Genau! So! Gut! Nein! Oh mein Gott! Ich wurde gebissen! Was wollt ihr eigentlich? Ich bin nur ein Klempner, der seinen Job erledigt! Toller Job, ne? Toller Job! So! Die Prinzessin retten, das ist nur ein Nebenjob! Ja! Von mir! So! Du rettest wen? Natürlich rette ich wen! Ich sag was, das kannst du gar nicht! Bäh? Was müssen wir damit wieder sagen? Ich will damit sagen, dass du dich selber nicht retten kannst! Wir würden dann eine Prinzessin retten! Inwiefern? Naja, sehr fern! Puh! Nichts Puh! Puh! Ah! Ah! Okay! Wollen wir jetzt erstmal Schluss machen? Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben! Ja, ich weiß nicht! Ich würde sagen, wir machen Schluss, okay? Ja, machen wir Schluss! So Leute! Beim nächsten Mal erkunden wir an! Nehmen wir mal weiter! Also Leute, bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Wie, bis zum nächsten Mal? Du bist beim nächsten Mal vielleicht gar nicht dabei! Nein, du weißt vielleicht doch beim übernächsten Mal? Oder so? Hm, vielleicht! Mal schauen! Okay Leute! Bis zum nächsten Mal! Bye-bye! BAM!